Musik Also ich bin hier heute in Western City, hier sind ja die Kalmai-Festspiele und ja ich bin sehr gespannt, also das Wetter ist sehr schön und mit Musik, Essen, nachher soll es glaube ich auch eine Show mit Pferden geben, da bin ich sehr gespannt. Mit Darstellern, die auch alle verkleidet sind, wie Indianer und Cowboys, deswegen habe ich mich auch ein bisschen so angezogen und ja ich bin heute mit der Family da, mit der Tochter, mit Opa, mit Mann und ja wir lassen uns heute überraschen, was hier alles so los ist, trinken nachher noch was Kaltes, essen noch was und ja lassen uns überraschen und freuen uns total. Also mal gucken, was hier noch so was ist. Oh die Mimi, oh mein Gott, ich war gerade eben da drüben in dem Laden und die Bedienung ist so witzig, was ist so eine Frau, die ist so ein bisschen, also nicht dick, sondern so ein bisschen breiter und dann hatte die so einen Babyhut auch so mega süß und Mimi, jetzt wollte ich dich fragen, wo hast du eigentlich die Schuhe? Die? Ja. Die habe ich von World of Western. Ich will auch solche Schuhe haben. Ja, dann müssen wir da mal hingehen. Ja, aber ich will jetzt andere Schuhe haben, weil guck mal, weil die sind so traurig. Dann lass uns in den Shop gucken gehen. Meinst du, die haben welche? Ja. Ich habe gar keine gesehen. Komm, wir gehen gucken. Okay, auf geht's. Wuhuuhu! Wuhuuhu! Vielen Dank.